Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Einige von Ihnen haben es ja schon beim Tanken gemerkt, andere werden es in den nächsten Tagen noch merken. Die Kraftstoffpreise in Deutschland gehen im Moment durch die Decke. Die aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise kommt aber gar nicht so überraschend, wie das jetzt einige behaupten. Die Prognose, dass es Kraftstoffpreise in den nächsten Jahren geben wird, die konnte man schon vor der Bundestagswahl mit großer Zuverlässigkeit treffen, wenn man die Regierungsprogramme oder die Programme der anderen Parteien gesehen hat. Das habe ich auch gemacht. Es ist vollkommen klar, dass ein Teil des Preises staatliche Abgaben sind. Ob das jetzt die Umsatzsteuer oder die CO2-Steuer oder die Energiesteuer sind, all das wirkt in den Kraftstoffpreis deutlich hinein. Ich habe mir jetzt aber mal die Mühe gemacht und das detailliert aufgeschlüsselt und will Ihnen das alles mal erklären. Weil da gibt es nämlich auch noch einige Dinge, die Sie vorher vielleicht noch nicht gehört haben. Nun fangen wir mal an. Heute, am 12. März, kostet in Stuttgart der Liter Diesel im Moment ca. 2,41 Euro für jeden Liter. Das ist der höchste Preis für Kraftstoff, den ich in meinem Leben jemals getankt habe. Auf den Kraftstoff gibt es eine 19-prozentige Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer beträgt ca. 39 Euro Cent. Der Rohölpreis ist umgerechnet in Euro ungefähr 66 Cent. Dazu kommen Kosten für Verarbeitung von Rohöl zu Diesel sowie Transportkosten in die Zapfsäulen sowie eine gewisse Marge. Diese Kosten lagen in der Vergangenheit so bei ca. 12 Euro Cent. Und dann sind wir schon bei der Energiesteuer. Früher auch bekannt als Mineralölsteuer. Die ist für Diesel etwas reduziert. Andere reden immer von Subventionen. Aber sie kostet tatsächlich oder sie ist tatsächlich 47 Cent für jeden Liter. Und das Sahnehäubchen auf allen staatlichen Abgaben zum Kraftstoff ist neuerdings die CO2-Steuer. Die liegt für Diesel bei ungefähr 10 Euro Cent. Und alle, die jetzt aufmerksam addiert haben, stellen fest, dass die Summe für die ganzen Zahlen, die ich Ihnen gerade gesagt habe, 1,74 Euro Cent. Moment. Was ist mit den fast 70 Euro Cent, die da noch fehlen? Eine sehr spannende Frage. Als wir das durchkalkuliert haben, haben natürlich einige von uns sofort gesagt, das sind die Gewinne der Mineralölkonzerne. Das ist möglich. Aber es gibt vielleicht auch eine andere Erklärung. Wir haben derzeit einen Krieg in Europa. Der geht zwar nicht um Ölfelder, aber die Bundesregierung hat umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um den Handel mit Russland maximal zu erschweren. Dazu wurden die Bankverbindungen mit Russland weitgehend gekappt. Die allgemeine Diskussion in Deutschland bezieht sich in der Regel ja nur auf Gas. Und dieses Gas kommt durch Pipelines oder wie auch immer nach Deutschland. Und dann gibt es gelegentlich noch jemanden, dem auffällt, dass Deutschland Importeur von russischem Rohöl ist. Die Menge aus Russland an Rohöl kann gar nicht so leicht ersetzt werden. Aber wenn sie ersetzt wird, dann wird sie durch Öl zum Weltmarktpreis ersetzt. Und wie immer, wenn etwas in großem Rahmen mehr nachgefragt wird, so wie Nordseeöl eben jetzt, dann steigt der Preis. Das sehen Sie in der Preisentwicklung für Rohöl. Dieser Preis ist gigantisch gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Noch mal, das ist nicht die Erklärung für den exorbitanten Preisanstieg von Diesel. Jetzt kommt nämlich was ganz anderes. Wir importieren aus Russland nicht nur Rohöl und Gas. Nein, wir importieren aus Russland auch Diesel. Um die 15 bis 20 Prozent unseres gesamten Dieselbedarfs kommen aus Russland. Das aus Russland importierte Diesel kann mangels Raffineriekapazitäten auf dem Weltmarkt nicht ersetzt werden. Die Abrechnung dieses Dieselkraftstoffes aus Russland erfolgt doch über Banken. Aha. Ist es nicht genau das, was unsere Regierung mit dem Ausschluss von Russland aus dem Bankensystem verhindert hat? Hat da der oberschlaue Wirtschaftsminister zusammen mit dem noch oberschlaueren Finanzminister und dem Kanzler, der selbst nicht tankt, vielleicht etwas übersehen? Etwas, das jeden Autofahrer bei jedem Liter ungefähr 70 Euro Cent kostet? Nun, Politik ist ein Wettbewerb der Programme und Ideen. Die AfD hat schon letztes Jahr weit vor dieser Krise gefordert, dass Kraftstoff auch zukünftig bezahlbar bleiben muss. Ich habe Ihnen hier unser Modell der AfD-Bundestagsfraktion mitgebracht. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Umsatzsteuer von 19 auf 7 Prozent reduziert werden soll. Dieser reduzierte Steuersatz wird im Allgemeinen angewendet auf Güter des täglichen Gebrauchs. Nun, ich darf Ihnen verraten, die meisten Autofahrer nutzen das Auto täglich und damit ist der Kraftstoff, den sie tanken, auch ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs. Gleichzeitig wollen wir auf die CO2-Steuer verzichten. Und aktuell haben wir im Deutschen Bundestag gefordert, dass wir keine Sanktionen gegen Russland wollen, die den Bürgern in unserem Land schaden. Und wenn Sie das alles, was ich gerade aufgezählt habe, zusammenfassen, dann stellen Sie fest, dass der Liter Kraftstoff mit AfD-Politik nur 1,34 Euro kosten würde. Und das in einer Krisenzeit mit sehr hohen Weltmarktpreisen für Rohöl. Das ist mehr als ein Euro weniger, als Sie heute an der Zapfsäule zahlen. Und diesen einen Euro, den Sie mehr zahlen, den haben Sie allen Wählern zu verdanken, die Ihr Kreuzchen bei der letzten Bundestagswahl nicht bei der AfD gemacht haben. Vielleicht sprechen Sie das mal an in Ihren Fahrgemeinschaften, in Ihren Familien oder in Ihren Unternehmen. Kraftstoff zu Weltmarktpreisen ohne Senkung der Energiesteuer und damit ohne großen Ausfall an Steueraufkommen würde mit der AfD in Deutschland 1,34 Euro für jeden Liter Diesel kosten. Beim Tanken immer daran denken, wie wichtig das Kreuz an der richtigen Stelle auf dem Wahlzettel ist. Es gibt ja noch ein paar Wahlen dieses Jahr. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir und hinterlassen Sie mir ein Like. Danke.